Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor neun Tagen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau 120 Millionen Euro Schadensersatz leisten muss an die Telekom für einen Vorgang, der eine ganze Zeit von Jahren zurückliegt. Vor elf Jahren hat Rot-Grün seinerzeit in der Regierungsverantwortung den Versuch gemacht, zu privatisieren, indem die dritte Tranche von Telekom-Aktien auf den Markt gebracht wurde. Dabei hat man sich, wie wir heute feststellen dürfen bzw. das Gericht festgestellt hat, offenbar nicht besonders klug verhalten. Denn wir sollten uns ja bemühen, mit Umsicht, mit Weitsicht und mit Wissen vorzugehen. Umsicht war es eindeutig nicht. Denn schon ganz kurze Zeit, nachdem die Aktie für etwas über 66 Euro an den Markt gegangen ist, hatte sie nur noch einen Wert von zehn Euro, also über 80 Prozent Verlust. Und das, obwohl man gerade diese Aktie als Volksaktie unters Volk gebracht hat und damit auch ganz bestimmt das Publikum ansprechen wollte. Dieses war ein Verhalten, wo man heute eindeutig sagen kann, die Last, den Schaden davon, haben seinerzeit diejenigen getragen, die als kleine Leute darauf vertraut haben, dass sie ihr Geld in Aktien einmal anlegen sollen. Es war auch nicht weitsichtig. Denn jetzt, elf Jahre später, kommt die Quittung vom Bundesgerichtshof, indem er nämlich bescheinigt, dass ganz offenbar in dem Prospekt, der seinerzeit ausgelegt wurde und Grundlage für den Verkauf dieses Aktienpaketes war, die Immobilien in den USA deutlich überbewertet waren. Und dieser Fehler eben heute gerügt wird und deswegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die im Auftrag des Bundes diese Aktien an den Markt gebracht hat, zum Schadensersatz verurteilt wird. Und damit werden heute all diejenigen, die die Leistungserbringer unserer Gesellschaft sind, ein weiteres Mal bestraft. Denn unabhängig von der Frage, die noch gerechtlich geklärt werden muss, ob die Kreditanstalt für Wiederaufbau diese 120 Millionen nun aus eigenem Topf bezahlen muss oder auf den Bund kommt und der nun wieder in Regress genommen wird, fehlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf jeden Fall diese 120 Millionen Euro für ihr segensreiches Wirken, zum Beispiel bei Themen, die wir hier im Bundestag jedes Mal wieder diskutieren, von Städtebausanierung, von Thermosanierung und Ähnlichem. Und das ist ein Schaden, der der Bundesrepublik Deutschland jetzt entsteht, durch rot-grünes Fehlverhalten in 2000. Und es ist ein Drittes, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur mit Umsicht und Weitsicht, sondern auch mit Wissen sollen wir versuchen, unsere Politik zu gestalten. Und Wissen können wir beim besten Willen bei dieser Entwicklung nicht bestätigen, Hans Eichel und der damaligen rot-grünen Regierung. Denn wenn wir Wissen bescheinigen würden, dann würde bei dieser Bewertung durch den Bundesgerichtshof, wo ja falsche Zahlen genannt worden sein, die Alternative nur sein können, dass es sich um vorsätzlichen Betrug handelt. Und das wollen wir auch der damaligen Regierung heute nicht unterstellen. Insofern, das wäre in der Tat auch schlimm, Kollege Kahrs. Aber aus diesem Grunde hat es weder an Weitsicht noch an Umsicht noch Wissen gegeben bei diesem Verhalten. Und wenn man daraus heute überhaupt eine Lehre ziehen will, dann können wir nur einladen, sich zu beteiligen an einer Grunddiskussion, die wir als CDU basierend auf Ludwig Erhard schon immer gesagt haben. Dass wir eben auch wollen und wünschen, dass auch gerade diejenigen Menschen, die in der Lage sind, Kraft eigener Leistung den einen oder anderen Euro auf die hohe Kante und für die eigene Altersversorgung einzusetzen, dass diejenigen nicht das Vertrauen verlieren, darin Geld in Unternehmen zu investieren, in Zukunft zu investieren und, wie haben Sie es einmal genannt, Beteiligung am Produktivkapital auch wirklich zu nutzen. Dafür bedarf es aber eines Vertrauens. Und wer ist da nicht mehr aufgerufen als eine Bundesregierung, ein Bundestag, die öffentliche Hand, genau für dieses Vertrauen zu werben und es nicht aufs Spiel zu setzen, wie Sie es gemacht haben. Und deswegen bleibt heute nur festzuhalten, dass Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der SPD, seinerzeit einen Riesenfehler gemacht haben. Und heute können wir Sie nur aufrufen, es lieber uns nachzumachen und daran zu denken, bei allem Handeln, dass wir Umsicht, Weitsicht und Wissen benötigen, wenn wir für die Menschen in unserem Land etwas Positives bewirken wollen. Dankeschön. Applaus